Hallo bei telekom.tarife-angebote.de. Wir haben hier nun seit einigen Wochen einen Magenta-Zuhause-Hybrid-Anschluss. Hier sehen wir den Speedport-Hybrid-Router, für den wir sogar einen idealen Standort mit 100% LTE-Empfang gefunden haben. Wir sind hier an unserem Standort weiterhin sehr zufrieden mit dem Magenta-Zuhause-Hybrid-Anschluss. Es gibt ja aus der Anfangszeit des Produktes den ein oder anderen Foreneintrag im Internet, wo Kunden unzufrieden sind, dass dieses Zusammenspiel von DSL und LTE nicht richtig funktioniert. Aber das war wohl ein technisches Problem, was so im April mit einem Firmware-Update behoben worden ist. Wir können zumindest keine Probleme feststellen und zeigen jetzt einfach nochmal einen Speedtest für unseren Standort, an dem per DSL nur 2000er Geschwindigkeit möglich ist, also ein DSL-2000-RAM-IP-Anschluss mit der Speedoption Hybrid 100. Wir sehen hier knappe 50 Mbit. Das verändert sich ein bisschen über den Tag. LTE ist ja ein Shared-Medium. Je nachdem, wie viele Nutzer gleichzeitig in der Funkzelle unterwegs sind, kann das durchaus schwanken. Abends haben wir hier teilweise sogar bis zu 90 Mbit von den 100 möglichen. Tagsüber sind es dann eben so um die 50 Mbit und der Upstream bei der Speedoption 100 könnte ja bis zu 40 Mbit sein. Da kriegen wir hier also ungefähr 30 Mbit hin. Das ist auch so ungefähr der Maximalwert, den wir hier an unserem Standort bekommen und ist natürlich hervorragend, weil wir, wie gesagt, DSL nur mit einer 2000er Geschwindigkeit erhalten. Also wir sind, wie gesagt, sehr zufrieden und können das Produkt unseren Kunden nur weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Vein ... Vielen Dank.